Lüchen, da sind wir wieder zurück, gehen wir die Zombies jagen wieder, ich hoffe, dass es nicht zu laut ist, ich glaube, ich sollte mal den Ton vielleicht mal ein bisschen runterstellen, äh, oh, so, achso, Fenster haben so durchgestellt, so, vielleicht mal ein bisschen runterstellen, so, 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 dann werden wir auch direkt mal loslegen hier, und, auf geht's, ich weiß nicht, wie, wo ich jetzt hier gerade bin, was, äh, Ach, da ist das ein Riesenbaby, da ist das ein Riesenbaby, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, Okay, da bin ich direkt platt Das ist noch nicht mal getroffen Dann krieg ich das nicht Baby weg Ne, Baby nicht weg Alter Schwede Das pfeffert mir aber ganz schön rein hier Shit Baby, Baby Shit Babe Hallo, Babe Hallo, Babe Hallo, Babe Oh, Leute Okay, tot Okay, alle klar Okay, alle klar Wie sag ich das jetzt, Game Over, bin Alter Schwede Alter Schwede Alter Schwede Das war jetzt krass Okay, wir müssen das Passwort eingeben, ich weiß nicht mehr wie das war, mal nachgucken Ich glaube wir waren Level 9, also gerade gar nicht, gucken wir einfach mal, ich glaube wir waren Level 9 So, dann ist das B Achso, ich muss das mal löschen So, ein B So, ein B So, ist das ein B So, ist das ein B So, ist das ein B G, A G, G G, komm her Dann, guck mal los, ne Dann, guck mal Dann, guck mal Level 9 Oh, wie ich jetzt hier Nee, 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 gut, das ist das falsche Level Da sind wir noch nicht Okay, dann müssen wir kurz raus hier Äh, nein, okay, egal, scheißegal Ist das falsche Level, das ist das falsche Level Wir sind noch nicht gleich im Level 9 Äh, dann muss man halt 5 Nummer machen, egal, egal Nee, 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 grau Ah, ja So, v Genau Dann müssen wir, glaub ich, das eine Level nochmal wiederholen, glaub ich Das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau Aber kann ganz gut möglich sein, dass das eine Level da nochmal machen müssen Das schrecklich was Das ist das Das, ja genau Das ist das, ja genau Das ist das, das müssen wir neu machen Ja genau Hatten wir So War ja eigentlich noch ganz easy hier das war eigentlich nur ganz easy ja alles klar war doch ein schlüssel ist nix ok danach muss eigentlich das eine level dann direkt wieder kommen mit knapp trifft er mich aber wir können uns ein bisschen leben und ich hätte mich auch heilen können naja ich trolle muss denn hier der schlüssel jetzt stehe weg sonst hätte mich getroffen das ist schön was du bist doch hier in die ecke ja genau damit alles klappt ok 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 mit dem baby wird schon mal anstrengen das doch mal gesehen weil ja gut kann man nichts machen da war der schlüssel jetzt noch eine ist eine web ich jetzt nicht aufmachen ist so viele schlüssel war genau das ist die frage wie war das jetzt noch mal aufgeladen wortel sind noch jede menge der wuff und ist auch noch einer gucken wir mal die falsche taste gedrückt ja egal wo soll der sein oben irgendwo da die eine ex ex kommt schon das ist ein komisches wie ok alles klar haben wir jetzt glaube ich zwei fehlen uns noch zwei fehlen uns noch und geht darauf wo ist sie jetzt die war hier ja genau war hier noch ein schlüssel ich unbedingt jetzt den personen ja perfekt jetzt haben alle ok alles klar auf dem slicks level das mit den ganzen bonus level dann weiß ich jetzt auch nicht mal wie das alles da war das mit der mitte wie wieder hier das nicht geschafft doch geschafft ok alles klar wo ist das hilft nicht ok kann man die luft jagen kommen wir ab und wissen allein die klammer hier das ist sehr gut die luft und glaube ich aber nix der schlüssel hier lalalala warum schießt er nicht ok das ist nichts mehr ok hier ist nichts mehr sechs müssen wir sammeln ok schießt er nicht so wie ich das will unten ist nur einer da oben muss nur einer sein der muss hier sein ok ok da kommen wir noch durch perfekt ok so klappt das nicht oh 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 schnell weg hier ok ich troddele auch genau da rein ok der spielung sie mussten wir okay pack 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 kann man in die man wechseln park das kann gar nichts machen okay wohnen haben verloren ich glaube ich auch aus hier so treff ich nicht muss hier wo sein jetzt darunter ich gebe ober jetzt bin ich hundertprozentig game over ne noch nicht okay alles klar damit habe ich jetzt echt gedacht ich wäre jetzt game over ah ne ich habe noch ein leben jetzt müsste ich eigentlich da sein oder war das jetzt mit dem riesen baby ach du scheiße dass das jetzt wieder ja alles klar das ging ja relativ noch das ist halt nur die schlüssel haben ich hoffe das jetzt alle habe ich will jetzt nicht verrecken hier ja noch ein schlüssel toll ist das auch nur dann ist und rolle noch hier okay alles klar wie keine andere wahl da haben wir ja noch was sagen auch mein das tut es eigentlich nix außer punkte okay oh das ist doch vorbei auch gebrauchen was da fehlt uns noch einer fehlt uns noch einer zwei sogar oben haben wir jetzt alle müsste ich eigentlich raus ich habe nichts zum da lass es abpacken sie durch wieder das war mir klar das war mir klar machen wir bei level 9 2 1 eigentlich nur ein level level 8 mit dem baby so dann machen wir einfach weiter arbeiten so dürften wir eigentlich eigentlich ganz gut weiter kommen wir waren ja noch level 8 mit dem baby schade dass es nicht so gerade geklappt hat dann gucken wir mal ein ziel den kann man auch nichts machen aber jetzt mal wieder geburts bedürfliche mit der steuerung jetzt mal neue sammeln ich verarschen ich habe hier nichts das ist scheiße okay war tot hast du wieder aufstehen danke dann bist du da rein danke okay haben wir jetzt ein paar verloren und sogar ein komplettes leben verloren das ist blöd was ist mir denn jetzt hier so wir hätten auch ganz normal gehen können okay 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 wir haben das okay oh nö die trolle auch wieder da Arschen gut müssen wir uns hier vielleicht ein bisschen durch sparen bleib mich doch durch danke geht das nicht oh die trolle geben wir sollten sie aktuell wir werden auch noch mal verlieren definitiv oh gott jedenfalls im urlgarten von aller feinzen ja danke bis abmauksen hm hm ey mh toll Okay, ich bin hier. Unten soll noch einer sein. Komm ich vielleicht so noch durch? Ja ich will, wir suchen sich ja dumm und dem nicht. Dann ist auch noch was. Okay, alles klar. Danke. Kannst nichts machen. Ach man. Muss aufstehen, danke. Danke. Okay, dann würde ich auch sagen, dann ist die Folge jetzt auch schon wieder vorbei. Und ja, wir werden uns das Meer in Angriff nehmen. Ich finde es ein sehr schönes Spiel und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.